Wir sind überwältigt von der Resonanz. Die Aktion ist ein großer Erfolg geworden. Das freut mich wirklich persönlich. Ich freue mich über jeden, der hier heute Abend und jede, die hier geschützt den Parkplatz verletzt. Die heute hierher kommen, haben ihre persönliche Risikoabwägung getroffen. Askasevika ist ein zugelassener, sicherer Impfstoff, gerade für Ältere. Die EMA hat ihn auch für jüngere Patienten in der EU zugelassen und geprüft und er ist so ein bisschen zu Unrecht in den Verhof geraten, denke ich. Die EMA ist ein Stück weit anders. Der Spiel ist die 50,1 vomノik. Der ist alscheid. Der ist die 50,1 vom Nurem. Der ist die 51,2 vom Nurem, also zu überwältigt. ein Stück weitiimes mit einem Knapp. Der ist die Chevronwenz.